Er will auch durch die Rohre gezogen werden und eingepackt wie ein Weihnachtsbaum. Reiki, komm, probier das mal. So, Luda, so, hoppla. Luda, 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 einpackt wie ein Weihnachtsbaum. Willst du rausgehen? Ja. Schau, ob wir die Türen öffnen können. Schlecht? Ja, also. Komm, du die halten, mit der anderen Hand auch. So, komm, gut halten. So. Ja, Reiki! Ich habe gesagt, du sollst die gut halten! Zuerst heult er mir, weil er es wieder von einem Hebungring gebracht hat, wo ich ihm genau gesagt habe, dass das von Anfang an sein kann. Dann will er rausgehen, dann sage ich gut, hätt ich gut an den Fingern und dann lässt er sich von halb oben fallen lassen. Das ist einfach, wenn bei solchen Sachen dabei sein muss, die einfach binär wie ein grosser Junge. Ich rede etwa mal ein bisschen laut, oder? Und wir haben auch die Gewohnheit, um die Maschinen umlaut zu reden. Und dann? Und dann?